Hey, Son Goku! Sag mal, warum fliegst du so weit hoch? Was soll denn das werden? Kame! Wenn ihr von dort oben ein Kamehameha abfeuert, dann zerstört ihr den ganzen Planeten, das muss ihm doch klar sein! Das machst du doch nicht, sonst wird's der Erde schlimmer gehen! Und außerdem willst du doch bestimmt nicht freiwillig deine Freunde vernichten, oder? Oh nein, das meint er nicht ernst, das kann doch nicht sein! Er will Cell sicher nur Angst machen, das ist ein Witz, Son Goku, du's nicht! Kame! Was? Was soll das? Oh nein, wir werden alle hochgehen, das darfst du nicht! Der will doch nicht etwa... Das glaub ich nicht! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah!